Arbeitnehmer in Baden-Württemberg dürfen für Seminare zu sozial- und gesellschaftspolitischen Themen Bildungszeit geltend machen. Das hat das Landesarbeitsgericht in einem konkreten Fall heute so entschieden. Ein Arbeiter hatte gegen seinen Betrieb geklagt, weil der ihm keine Bildungszeit für ein Gewerkschaftsseminar gewähren wollte. Laut dem Urteil ist der Begriff der politischen Weiterbildung im Arbeitsgesetz weit gefasst, weshalb Arbeitgeber ihre Beschäftigten auch für Weiterbildungen im gesellschaftlichen Bereich freistellen müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017